Am 11. November war im ECE Kapfenberg nicht nur Einkaufen, sondern auch der Bildungstag für Schüler aus der Region Murmürz angesagt und wurde von den Jugendlichen eigentlich sehr gut angenommen. Bildung wird immer wichtiger und wir haben also im Vorjahr mit dem ersten Bildungstag begonnen und es hat sich herausgestellt, dass das eine tolle Sache war. Und wir haben versucht, das heuer wieder auf die Beine zu stellen und auch zu verbessern und ich denke, dass es uns gut gelungen ist. Wir haben 25 Aussteller gewinnen können, also die sich präsentieren und dann viele Schulen, die heute kommen werden, um Kontakt mit diesen Firmen aufzunehmen. Musikalisch vom Saxophon-Ensemble Borg-Kindberg unterstützt, fanden auch namhafte Persönlichkeiten den Weg ins ECE, um an der Eröffnung des Bildungstages teilzunehmen. Ich glaube, es braucht Perspektiven für junge Menschen im Leben. Die Kinder und Jugendlichen sind ja unsere größte Zukunftsaktie, möchte ich sagen, in diesem Land. Und Bildung schafft Perspektiven im Leben und daher kann man zu solchen Bildungstagen, wie sie das ECE schon das zweite Mal jetzt durchführt in Kapfenberg, nur Danke sagen, nur gratulieren. Und ich bin insgesamt froh, dass wir in unserer Region so ein ausgezeichnetes Bildungs- und Ausbildungsangebot haben. Ob es die FH in Kapfenberg ist, ob es die Montan-Universität in Leoben ist, unsere hervorragenden Bildungseinrichtungen, das heißt Schulen und auch die ausgezeichneten Ausbildungsbetriebe, die wir haben. Ich denke mir, wir sind Industriestadt, wir sind Gewerbestadt. Es gibt viele Schulen in unserer Region und vor allem auch in der Stadt Kapfenberg. Ein Bildungstag sollte eigentlich ein Austausch sein zwischen Schülerinnen, die im Interesse, was tun sie in der Zukunft hierher kommen und denen hier Angebote gemacht werden von Unternehmern und Firmen, was können sie tun. Und dann gibt es die Entscheidungsfehlungen, aber die müssen dann letztlich die Jugendlichen gemeinsam mit ihrem Umfeld Freunde und Eltern treffen. Aber hier gibt es große Angebote und das sollten sie alle nützen und ich rate den Schulen natürlich auch mit ihren Schulklassen hierher zu gehen. Einer der größten Arbeitgeber in Kapfenberg ist Böhler. Wir haben heute wieder unsere kleine CNC-Zerspannungsmaschine mit. Unsere Schwerpunkte sind eindeutig die Jugendlichen. Wir wollen die Jugendlichen ansprechen, die auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. Jugendliche, Buben wie Mädchen. Welche Voraussetzungen sollten sie mitbringen? Für mich zählt die Werte, ist er geschickt, ist er höflich, ist er freundlich. Also das zählt nicht Bub oder Mädchen, sondern will diese Jugendliche eine Lehre beginnen, dann kann er jederzeit kommen, schnuppern, kommen. Die Mädchen sind auch sehr geschickt. Ich habe auch bei Böhler gelernt und weiß, dass man auch als Mädchen bei Böhler Karriere machen kann. Hallo, ich bin die Lisa. Ich gehe schon seit vier Jahren in die HTL Lyon in Zweiglogistik und wir sind eine kleine Privatschule und wir haben vier Zweige, die Logistik, IT, Rohstofftechnik, Metallurgie. Und es war echt cool, wenn es am 25. November zu den Tag der offenen Tür kommt. Sehr umfassende Ausbildungsmöglichkeiten bietet die HTL Kapfenberg. Die HTL Kapfenberg hat zwei große Tagesschulabteilungen mit der 5-jährigen, wo man dann mit der Matura abschließt. Es war einerseits Elektrotechnik und Mechatronik, das heißt, wir haben die klassische Elektrotechnik, dann die Informationstechnik bieten wir an und die Mechatronik. Mechatronik ist ein Bindeglied aus Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik. Und die zweite Tagesschulabteilung ist Maschinenbau und Kunststofftechnik mit den Ausbildungsbereichen klassischer Maschinenbau, Anlangtechnik, Automatisierungstechnik und Kunststoff- und Umwelttechnik. Wie gesagt, mit der 5-jährigen Ausbildung. Abschluss ist am Ende des 5. Jahres mit der Reife und Diplomprüfung. Die RHI AG ist Weltmarkt- und Technologieführer bei hochwertigen keramischen Feuerfestmaterialien. Standorte in unserer Region, Veitsch und Breitenau, bieten interessante Ausbildungsmöglichkeiten. Sehr gute Lehrlingsausbildung, gute Chancen und heute auf der Messe der Dosenautomat und natürlich die Lehrlinge, die alle Fragen beantworten. Wer ist zuständig, wenn sich jemand für RHI interessiert? Er wendet sich an die Frau Bierstinger, das ist die Assistentin im Werk Breitenau. Die Adressen sind in den Fohlen dann drinnen und sonst www.rhiag.com. Wir als Borg-Kindberg sind ein Gymnasium und bieten die klassische Matura in 4 Jahren an. Wir haben 3 Schwerpunkte bei uns. Klassisch Musik, Informatik und im nächsten Jahr eröffnen wir einen neuen Zweig, den Science-Zweig. Da geht es um Naturwissenschaften, vertiefend Chemie, Physik, Biologie mit ganz vielen Laborstunden. Wir haben natürlich unsere Türen offen, ganz speziell am Tag der offenen Tür am 10. Jänner. Aber auch sonst, jederzeit, liebe Jugendlichen, der NMS kommt zu uns, schnuppern und schaut sich unsere Schule an. Und wir haben ein Ding, dollars, Katharine. Amen.